Hallo zusammen, die Thermostatenschlaufe vom BD-Kompressor von Danfoss. Heute auch SECOB BD35. Wir haben wieder unser offenes Modell. Der Thermostat geht von C, also die Thermostatenschlaufe, von C über einen Hauptschalter, über den Drehzahlerhöhung, High-Speed-Widerstand, High-Power-Schalter zusammen, über den Thermostaten wieder auf das T. Die Reihenfolge von Hauptschalter, dem Widerstand-Paket und dem Thermostat kann variieren. Wenn wir jetzt den Hauptschalter hier einschalten, und wir sehen, dieser Schalter ist ausgeschaltet, fließt der Strom hier über den Schalter, über diesen Widerstand, über den Thermostat wieder zurück. Wir sehen, der Kompressor läuft auf maximalen Drehzahlen. Drehen wir hier den Schalter zu, dann fließt der Strom über den Hauptschalter, hier über diesen Schalter, Thermostat zurück. So haben wir auf dieser Schlaufe keinen Widerstand. Somit läuft der Kompressor auf 2000 Umdrehungen. Machen wir den Schalter wieder auf, muss der Strom hier über diesen 1500 Ohm Widerstand, und somit erhöht sich wieder die Drehzahl. Wir sehen auch, die Stromaufnahme vom Kompressor, hier haben wir bei Maximumleistung eine Stromaufnahme von etwa 3 Ampere. Wenn wir hier wieder aufs Minimum fahren, gehen wir zurück auf etwa die Hälfte, auf 1,5 bis 1,6 Ampere. Wenn wir den Thermostat hier ausschalten auf 0, oder er die Temperatur erreicht, was hier in diesem Lehrmodell nicht möglich ist, fällt die Spannung, schaltet der Kompressor ab. Wir schalten den wieder ein, und der Kompressor fängt wieder an zu laufen. Dies gilt bei allen Kompressoren von Danfoss. Diese Steuerung hier vom BD35 über dem 50er, 60er, 80er, 100er und 120. Und sogar den 150 CL, der aber offiziell nicht lieferbar ist. Es hat mich gefreut, und auf Wiederhören!